Am Start. Ey, aber das Game verlieren wir. Nein, tun wir nicht. Das Game verlieren wir easy. Pierre verkehrt den Sundra. Nein, Ella! Ändere dein Symbol. Das geht nicht. Kannst du dich einfach raustappen und dann... Geh mal aus dem Game raus. Ja, geh mal aus dem Game raus. Aber das geht doch, oder? Das geht. Du musst Regier Escape drücken und musst du in den Launcher rein. Und dann kannst du machen. Wie übertrieben. Ich bin der Top. Ja. I bin der Top. Alter, möchtest du jetzt mit oder bot lane? Tassenpudding. Ella. Will jemand mit mir Blubuff machen? Lieber nicht. Zufrieden, ihr Opfer. Nein. Macht jemand mit mir Blubuff? Lieber nicht. Nein. Alter, der Schatzi, Pierre. Ella, du hast jetzt Pierre. Viel Spaß. Ehrlich? Wollte er nicht mit lane? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist überfordert mit der Gesamtsituation. Er ist eigentlich in der Top lane bei mir. Von den Gegnern. Ella, du musst mal zum Blubuff hin helfen. Hey, Pudding. Brauchst du gut Hilfe? Brauchst du gut Hilfe? Oh, nicht. Nö, nicht gut. Mit der Scheiße. Mit der Scheiße wie, keine Ahnung. Übrigens, Leute, die kommen wahrscheinlich bis euch jetzt zum Blubuff holen. Ich töte die Double... Warum holen die nicht ihren eigenen Blubuff? Weil die euch töten wollen. Pierre, komm, invade. Mie, das... Macht mir jemand einen Red Buff? Oder warte, welches ist der da oben? Ich hol mir meinen Blubuff. Ich hol mir einen anderen Warn. Irgendwann! Oh, Pudding. Scheißegal, was ihr macht, ich hol mir meinen Blubuff. Das ist mein Blubuff. Autotech. Autotech. Blubuff für mich. Oh, joh. Komm schon. Jetzt hol ich mir meinen Grump. Grumpy-Gump. Oh, Dags bei mir oben. Ella, Autotech. Ja, erfolgreiches Gameplay auf jeden Fall. Was macht ihr? Alter, sie dreimal hier haben. Okay, zweimal hier. Sex ist ja lobe. Pudding. Ey, seid ihr erst noch alle Level 1? Ja. Ja. Ich musste mich auf den Red holen. Alter, sie dreimal hier. Äh, zweimal hier haben. Wtf, was hast du gesagt? Eine Botland, die dich töten möchte. Da sind wir uns hier oben mitgekselt, ne? Ich hätte die Zwiebelade. Ich habe hier Pfannen im Jungle. Ich habe echt viel Spaß hier im Jungle. Ja, Mama, mach mich noch fetter. Boah. Ist das nicht eh jetzt schon genug? Gemästet. Ella, kommst du? Nein, ich fresse. Ich fresse. Ich fresse. Schätzchen, sei nicht zu überfordert. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Entspann dich, bestelle deine Freundin unterm Tisch. Das ist jetzt gut. Bestelle dir deine Freundin unterm Tisch. Ja, das war gut. Juhu. Ey, was du dich unterm Tower tötest, was ist das für ein Dreck? Okay, sollte ich Angst haben vor den Gegner? Vielleicht. Ja, so, ähm, Dings Morgana und die haben mich einfach gerade unterm Scheiß Tower getötet. Was ist das für ein Dreck? Wunderschalt. Ich habe gerade mein Problem mit Jax. Also, der rennt die ganze Zeit weg. Also, ich habe immer noch Spaß hier. So, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Das meine ich. Bin ich, bin ich der Einzige, der hier Spaß hat? Oh, komm mal, da kommt der Yi. Hallo Yi, komm mal her. Jetzt hast du gleich keinen Spaß mehr. Ja, bitte komm. Drück den Taste und komm. Der Yi ist abgehauen. Einfach. Mein Jax ist abgehauen, der war so low. Der war so low. Bei mir ist man ein Jacksack, aber so low. Ach, ich habe übrigens irgendwas, happa, happa. Ich kann mir happa, happa abholen. Oh, wo, 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 wo. Warte, warte, ganz kurz. Ich will kurz den Bar holen. Ähm, ich glaube, Bot Lane oder mit. 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 Mit sind, lieber ich. Tiger, nein. Ja. Ich will dich schon nicht ins Kiel sehen. Ja, aber mein Farb. Nur deine Minions-Farm. Die erste Seite, ich geh nicht mehr proben. Die Idee, die er macht, macht einfach 100 Damage. Pierre, mein Sonnenschein. Oh, guck mal, da ist sie. Jiii. Ja, das ist Spaß. Jiii. Alles tut gut, mein Sonnenschein. Ich will den Grump holen von dem. Ich will den Grump von dem klauen. Oh, guck mal, da ist Jacks. Hey, wer will happa, happa. Was, happa? Hier ist grad das, happa, happa. Oh, lecker. Der ist doch nicht so ein atemberaubender Spieler, wie er immer denkt. Ey, Form, was ist das? Ja, ich komm nicht an den Rang, immer wenn ich an den Rand auffülle. Entweder ist doch und grad nehmen wir die scheiß fucking Minutes vor den Typen. Scheiße, wenn du nicht predikten kannst, was die Gegner picken. Ich hätte ihn nicht holen können, der hat noch so viel HP. Du musst wenigstens zwei Balken haben, dann hol ich ihn. Außerdem hab ich grad kein Mana. Also auch wenn Kass... Ich will mir Mana holen. Ja, ich geh mir Mana holen. Ich hole ihn mir jetzt, Pech. Pech? Ich wette, du stirbst jetzt. Ich werde Pech bleiben. Ich hatte ein Problem mit dem Minion zu kämpfen. Alter, renn doch weg! Renn vom Tower weg! Renn weg vom Tower, bitte! Okay, ich muss mich zurückziehen. Alter, jetzt kommt... Brauchst du jetzt mal Hilfe? Weil du kommst gerade mit der fetten Horde auf mich zu. Soll ich irgendjemand helfen? So, ich komme! Ich komme auch! Und mein Jungle... Wow, drei gegen einen gleich! Ich zieh mich zurück, matt. Adieu. Und die ging gleich. Oh, die sind alle so schön low. Oh, ja! Ja, Hilfe, wieder! Sch Ich hab die Morgana fast gekillt. Die war so low. Und ich hab mir auch von den zwei Items gekauft. Äh, doppelt. Du hast den Damage, what the fuck? Alter, wer hat denn diesen Fernseher im Hintergrund? Ja! Alter! Alter, er ultet mich. Ich bin halt ganz hinten meiner Wege, er kriegt einfach kaum Damage. Keine Ahnung. Da sieht man, ich glaube, an diesen prozentualen Hinter-Damage-Staaten. Oh, komm her! Jack, komm her, komm her! Oh, ich kann mal wieder Blue Bluff holen. Blue Bluff. Ich hol mir jetzt Blue Bluff. So. Hätten wir geklärt, würde ich sagen. Was? Ich geh mit Morgana. Ne, das geh mit Morgana. Ne, das geh mit Morgana. Oh, wen haben wir denn hier, Bitches? Äh, endlich Items kaufen. Okay, endlich Items kaufen. Ich hab nur so Tassenpudding. Wann kommt eigentlich der hier? Na, auf mir jetzt mit deinem Tassenpudding. Wann kommt ein Herold? Wann kommt ein Herold? Ich will ihn haben. Minute 10. Achso. Ich komme, Pierre. Nicht sterben. Nicht schon wieder sterben. Weg vom Tor. Weg, Destiny. Oh, nein! Der Tor läuft! Ja! Das wünsche ich mir! Ich hab keinen Bock mehr auf den Schall. Der steht genau in der Tower, wenn sie ziehen und dann Tower. Es gibt ja keinen Tower. Grundweise sagt er mir nicht zu sehr auf. Die Gegner sind einfach scheiße. Was willst du machen? Was soll ich denn mit finden? Ich bin der mit den ab und ja, dann kickt mich aber der nächste beste Gegner. Hey, Zeiger! Du nehmst das sicher aus. Hallo! Na, wie geht's Morgana? Oh, Scheiße! Ich werde gestunnt! Ja, ja, ja! Oh mein Gott! Ja, der Damage. Ich wurde durchgehend gestunnt und ja. Ja, das ist auch mein OP-Tiers-Problem. wir können nichts machen wir wollen nur ein Grump vorab er hat ja und jetzt stell dir mal vor ich hätte einen anderen Champion gespielt stell dir vor ich hätte einen anderen Champion gespielt Gott sei Dank Danke Noah Danke Noah also ich gehe weiterfarmen ich will mir was schönes kaufen Oh, I shoot my mom, VLP ist unaufhaltsam Übrigens Pierre Neuchteer 5-1 und du? 0-3 Du kannst dich generell gegen mich schützen das einzige was dich schützt sind deine Kondome Oh, geflenkt Ja, Mann Ich würde nur was so gefühlt sind wir noch vom vorherigen Game Ich hätte so richtig Wolken grad Oh ja, ich bin endlich Level 6 Brauch nicht Wolken sein Ich weiß, dass du sowieso reinzackst, wenn du kein Team hast Also von daher ist mir das eigentlich relativ egal Ich hab grad gezieht Ich hab grad gezieht Richtig Richtig, aber Du kannst trotzdem nicht mitziehen Alter, wir euch alle gegenseitig flamen Ich meine Oh, getiltet ist, weil du ihn gefickt hast Letztes Spiel Alter, ich bin getiltet, weil du dich für so krass hältst, aber nichts auf die Reihe bekommst Wenn du mal alleine gefühlt bist Ich hab schon mir jetzt den Drake, falls die Morgana nicht da ist Aber die ist da Ohne Witz, du hast nur Ramos gepickt, weil du genau weißt, was und wie ich spiele Wäre ich nahe gewesen, hättest du was anderes genommen Aber die sagen zu Champs, nix kann Sieht man Deswegen steht es für Ramos 04 Was macht eigentlich der Heave von denen? Der macht irgendwie gar nichts Oh Ich bin zufrieden mit dem Heave Und mich Weil ich gerade wieder geleckt hab Weil ich geleckt habe Der Kick mich die ganze während ich lege Wenn Kick mich dauerhaft, während ich lege Oh, guck mal, da ist da ja der Heave Und ich fick den nie auseinander Ich geh elders Kill klauen Ich hab je gefickt Äh, Noah ist da Noah klaut die Mändern Helfe 6, fickt mich Ja, natürlich hat er mich über der Laura gekillt Als ich geflasht hab Also Achso, ich dachte das wär Hau Weil ich wollt Hau grad Rennen lassen Alter Nee, nee, ich bin keine Rolle in der Bowlingkugel Nee, nee, ich bin keine Rolle in der Bowlingkugel Nee, nee, ich bin keine Rolle in der Bowlingkugel Ich bin zufrieden, ich hab den G gekillt Ella tut mir leid, ich bin keine Rolle in der Bowlingkugel Ich hab den G richtig auseinander gefickt Habt ihr das gesehen? Hat das irgendeiner gesehen? Nein, nein, wir sind gerade selber beschäftigt Ist keiner stolz auf mich? Nein, tut mir leid Wir sind alle nicht stolz auf dich Wir sind alle enttäuscht von dir Was? 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 Was ist da? Alter, natürlich schießt die Fotze natürlich ihre Cure auf mich, wär's nicht da Habt ihr irgendwie alle Probleme außer ich? Ja Nö, wieso? Ich hab keine Probleme Hab ich auch nicht Ich hab hier meinen Spaß Ja, ich stehe 9-1 Dann ab und zu irgendwo hin, mach nen Kill Und dann faszin ich wieder Oh, das könnte ja nix besser sein, wenn's weiter so läuft Ja, stimmt, oder? Wir gehen in Topland zurück, da ist ne dämliche Wave, die uns den Turm wieder klaut Und zwischendurch hol ich mir gleich in ne andere Wave Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob so beim Game so die Leistungen vom Team verglichen werden So, dass du praktisch viel Ehr bekommst, wenn dein Team scheiße steht und du praktisch gut Weil das wär ja für das Game extrem nice Das ist nicht mein so Das, das eine Bad Game, da hab ich ein S bekommen ne Und ich hab eigentlich, die stand 6, 5, äh 6, 4 Und hatte dann wie über 20 Assister, ich hab dann S bekommen Und du standest ja auch mega cool Naja, ich hab auch... Oh, da ist die Morgana Ich bin so doof So, war schön mit Dixon Farben, Tiger Hilfe! Akzeptier dein Tod auch einfach Ich wollte auch nur den Drag machen Ich wollte auch nur den Drag machen Nicht sterben Pierre, Pierre Oh, oh, der Vayne, Varus ist tot Schau mal, ihr Miststücke Oh, 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 ich wusste nicht Oh, ich wusste nicht Oh, ich wusste nicht Noah, wie ist hinter dir? Hinter dir her Oh, ja Alter, was macht ihr denn? Hihihihihihihi Bist du das, Älter? Hihihihi Wer sonst hat den Key? Bitches ную RIP KLAP RIP Oh Folg Ri Bitches, ich bin wieder da Ich wär ne geraipt Wo ist eigentlich der Radbuff? Ja der ist gerapt aber nicht reimbudig But Ich find den Redbuff nicht ich habe natürlich versetzt ich kann ihn nicht hören ich brauche kein ich hab die ganze nach dem redpuff gesucht ernsthaft du hast mein tod nicht gerecht ich hätte ihn smiten können ich hätte ihn zweitens sollen aus um um anwenden abend um die jünger dass sie man so und jetzt nicht mehr da ist die Schöpfung erläutliche Mitter ich hätte jemanden mir helfen hier zu machen denn wenn ich den allein macht, kommt irgendein Typ an und will mich wegpratzen. Ich könnte ihn allein machen, aber ich werde dann irgendwie von anderen Leuten gefickt. 611. Nur wenn Jacks einmal nicht rauskommt. Kommt ihr mir helfen? Leute? Oh fuck you. Oder ist die Morgana? Fuck you all. Ohne Spaß. Natürlich kommt die Morgana face-check. Und Pierre rollt da hin. Ja fuck dich doch hin. Die Morgana face-check. Oh, die scheiß Morgana. Oh, ich geh. Oh, Mann. Na, wenn wir doch nur einmal den Herald machen. Und dann müssen wir... Vielleicht sollten wir mal mehr zusammen spielen oder so. Schon. Ich wollte dir überhaupt nicht spielen. Alter, es kommt doch mal her. Ich folge dir diesmal. Nein, geh weg. Ah, 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 ah. Und so kriegst du den kaputter Platten-Spieler. Weil er ein kaputter Platten-Spieler ist. Ich will wie ein Bot. Was? Mark, yeah, lass sie rein, lass sie. Yeah, das bringt ja nix. Ohne, ich hab' sie weg. Sie hat doch immer eine Ulti-Recher. Ich kann die hier Magic-Damage tun, aber in Recher. Ah, du Hurensohn. Boah. Ah, du Hurensohn. Oh nein, da kommt der Ye. Der Ye fick' ich. Ich fick' den Ye. Wer sagt, der nicht so stark? Natürlich der Ye. Nur. Der Ye ist hart, ja. Wie? Hä? Und, und? Was machst du denn? Hau. Was machst du, Hau? Hau? Leute. Hau. Kann's sein, dass die Morgana leicht Skript sein hat? Aber nur leicht. Was ist das? Was? Oh Gott. Natürlich kommt ihr zu viert. Ich glaub, das ist eins, was sie noch machen. So, es wird, wenn sie einer auch nicht kommen, weil wir haben je geschafft. Leitert. Hm, ich wollte irgendwas haben. Äh, ja. Wieso klebt das Schokolade an meiner Maus? Keine Ahnung. Weil du zu viel Schokolade isst, Ella. Also mal ganz ehrlich, Ella, also. Nein, ich ess sie mit der linken Hand, in der rechten Hand hab ich die Maus. Hau ist sie da da. Hau ist sie da da. Hau ist sie da da? Hau ist sie da da. 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 Ich bin da, Noah. Wir carry'n das. Komm, wir machen das. Ich bin zwar 1. Level 8, aber... Ich bleib einfach bei Noah, wenn man irgendjemand auf ihn drauf springt, ist jetzt nicht. Wenn ich nicht zu dir komme, dann bleib ich auch bei Noah. Wenn ich nicht zu dir komme... Warum rennst du denn weg? Ne, weil er mich gefokust hat. Achso. Wir kriegen den Tower, denk ich. Warte, ich guck, ob irgendjemand kommt. Putz! Jetzt kann man Barus töten. Und wir haben den Tower. Und da ist die Bitch. Und da ist der Nächste. Mann! Ficke, ich bin tot. Was macht ihr eigentlich? Wir versuchen, Midlane zu pushen. Achso, ja, wir haben gerade Top-Lane gepusht, aber ihr könnt weiter mit Lane pushen. Ja, ja, macht ruhig weiter. Ja, ja, macht ruhig weiter. Wir carry'n das schon. Ja, wir sind ja weniger. Ah, du Hure. Du Hure. Kurva. Ja. 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 Ich bin nicht besser. Ich würde sagen, wirkst es überhaupt nicht überpaut oder so? Nein. Oh Leute, ok. Ja, so ist es so. Komm, wir carry'n das jetzt, Hau. Der Autotech kam nicht mehr durch. Die Oberloops, Level 6er und Level 17er, carry'n das jetzt. Ja, sicher. Ja. Wenn ich keine Bambusverbindung hätte, dann könnte ich mich nicht beschweren. Alter, das ist halt so verdammt dämlich. Ich kann halt nichts machen so. Und wir können nichts machen, wenn da irgendwie drei Gegner auf uns zukommen und ihr alle alleine mit einem Typen auf Midlane seid. Ich meine, es ist schon nice so, dass Pierre sich so praktisch vor mich stellt, um Morgana Kling abzuhalten. Ja, gegen einen einzigen. Wir zu zweit stehen da und da kommen auf einmal drei, vier Leute an. Und hier, hier versucht Midlane zu pushen, wo nur ein einziger Typ ist. Alter, Midlane hat der Gegner, chill. Hey, da räumt's hier. Oh Gott, das. They see him roll. Mann, mich kottest du an, dass es nicht mehr funktiv früher ging, dass man Q und dieses Räuber diese Schuhe aktivieren konnte mit Rammus. Weißt du, wie fucking schnell man war? Ich fiel den jetzt was war! Finkmann! Komm her! Hey! Schüttling. Ich hab... Ich hab Q! Ich krieg's nicht mehr! Dieser Scheissmasser! Da wieder ist die Schmuchtel! Ich krieg's! Ja! Wie konnte ich den denn nicht kriegen? Holt den doch schnell! Bitte! Ich hab... Ich hab gekleut und dann... Nee, nix! Bitte hol den! Bitte hol den Ella! Bitte hol den Ella! Oder, oder, oder... Gerne, freilich sind wir! Bitte hol den doch! Bitte hol den doch! Bitte, bitte! Oh, endlich! Ich hab's nicht! Äh... Ja... Guts tot! Das ist immer ein Problem! Ja... Und wann es hat dann zwei Leute? 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 Haben die denn nicht besser so gut als zu Clips kommen? Na ja, kommst du! Was? Ob du? Problem! Wann war mal kurz, ich muss mir was kaufen! Ich muss mich grad voll verrückt, ich wollte grad irgendwas kaufen! Achso, ich dachte, du kochen, Hadi! Ich hab kochen verstanden! Ja, natürlich koch ich jetzt was! Ich koch uns die schöne Potion! Pudding! 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 Baguette-Pudding! Baguette-Pudding! Hä, was ist denn Baguette-Pudding? Ist das Pudding im Baguette, oder was? Ella soll ich jetzt schon mit so'n klein gebröseltes Baguette und... Oh, scheiße! Da ist es eine Schwuchtel! Baguette-Pudding! Scheiß, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Oder du nimmst dir einfach's Spiele, die soll ich noch mehr leben... Und pack' sie damit rein Ich wuer da weg geh'n! Geh der weg! Hau! Hau, hau! Hau, hau! 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 Hau, hau! Hau ab! Nein, du hinnst, du schau dreckt! Ich kann nicht weglaust! Bisch und rot! Oh, Morgana! Meine Damen, meine, meine Damen, meine, ich hab'n Bambusleitung schon vergessen! Ja, lass auf die Bambus! Wir sollten mal, äh, wir sollten mal Botlem pushen! вау! Lass mal als Abwechslung auf Botlane probieren. Ja, man zieht ein Tausender Ping, glaub ich. Ich dachte, ich tut das, ne? Mach ich, glaub ich, wenn die Bambusleitung mal... Ja, das ist für mich am Leben. Shield. Ich hab mich grad mal gebildet als dämliche Bambusleitung. Ja, wow, seine Magic Resistance ist auf jeden Fall hübsch, ne? Das war's mir wert. Was? Der... Der Wank ist voll gut. Was hast du getan? Aha, interessant. Ey, cool, ich hab's hier in Devs... Ich push grad Botlane. Und hau es wieder AFK. Ja, ich komme schon. Achso, okay. Damit sollten wir den Mitglied mal helfen. Ja, wow. Der Yi ist halt einfach... Ich wette, gleich kommt von irgendwo jemand und fick mich weg. Fix. Besonders, wenn du da so ein auf 3K stehst. Ja, wenn ich den Tausender ja ganz alleine wegmache, ich freu mich. Was ist, Pi? Ich hab den Tausender. 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 Alter, der ist halt immer der Maul. Aaaaah. Keine Stärkung. Möchte mal den Scheiß fahren von Yi an. Seinen normalen Autotext 60 Damage. Seine Q grad mal 100 Damage. Seine E, also diese 2 Damage, 500 Damage. Ich hab den Tausender. Wir kennen, wir kennen, wir kennen, wir kennen. Wie will ich, hä? Ich hab ihn so oft gehittet. Der hat einfach keinen Schaden gekriegt. Ich komm, Hau. Hau. Oh, Hau ist tot. Ich hab ne Baubusleitung, also weiß nicht was gerade passiert ist. Hau ist tot. Hau ist tot. Ja. Und dieser Jax ist irgendwie OP und kriegt keinen Schaden. Egal was man macht. Außer wenn ich alle Knöpfchen drücke. Weil alle Knöpfchen drücken. Pierre. Bist doch nicht alleine, oder? Na Noah ist da. Okay, nice. Jetzt haben wir dieses Scheiß-Teil geprockt. Jetzt können wir hier weiter. Drecksbambusleitung. Okay, Pierre, wir haben ein Problem raus. Ich komme, Babes. Babes. Na freilich treffe ich ihn. Na freilich. Ich dachte, du bist lustig, aber ich hab die Liebkern vergessen, die größte Hitbox von Lux. Die, die, die wollen mich. Ich wusste doch, ihr Bitches liebt mich. Geh, geh über die Wand. Geh über die Wand. Ich wusste doch, ihr Bitches liebt mich. Können die genug von mir haben. Warte mal, da seid ihr. Ich komm. Musik. Als ob die mir so viel Damage gemacht haben. Die natürlich. Die, 700 Tut-Damage, natürlich. Ja. Die übertreib' einfach Morgana-Ultra, 300 Damage, 6-1-D-500 mal. Ah, ja, ich bin tot wahrscheinlich. Ella ist surrender. er hat ja gedrückt ich war nicht nein sondern Pierre ich hab ja auch eigentlich klar aber was noch mal zu sagen ich hab ja auch muss noch ja drücken nein gedrückt ich hab ja gedrückt au äh ne alter Pierre du hast what the fuck Pierre wie so drückst du auch nein ich hab gedrückt oh nein oh ich wollte mal ein cooles item haben boah bei du mag das gerade ich wollte mal ein cooles item haben ja das passiert wenn jemand back ins game kommt bei mir war das gerade so es stand ich hab ja gedrückt und dann auf einmal hat sich das gesetzte dann war es wieder leer und dann stand wieder ja und dann habe ich ja gedrückt und dann ist ja ganz interessant